Mach du, mach du. Nein, jetzt mach's schon. Okay, okay. Das Thema des heutigen Abends lautet die Liebe. Nein, oh Gott. Ja, war gut. Also, du verwirrst die Leute. Wieso? Es geht doch. Das Thema des heutigen Abends ist die Liebe. Nein, das Thema des heutigen Abends ist die Musik. Hä? Ja, aber wir haben doch gesagt, wir treten in ein Brautkleid. Auf, um zusammen zum Hochzeitsmarsch zu singen. Ja. Na und? Ja, das macht doch gar keinen Sinn. Wieso? Absolut, das ist eine Metapher. Entschuldigung. Es ist eine Metapher für das Bündnis. Wir singen gemeinsam und somit sind wir verbunden. Praktisch. Ja. Willst du mich jetzt verarschen? Nein. Nein. Bitte, mach einfach weiter. So, wie du selbst bist. Alles klar. Also. Ja, aber der ganze Anfang macht doch jetzt sogar keinen Sinn mehr. Absolut. Hallo. Wieso? Wieso? Ich ziehe doch kein Hochzeitskleid auf der Bühne an, weil ich mit dir ein blödes Duett jodeln möchte. Ich möchte heiraten hier auf der Bühne, ja? 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 Ja, ich will nicht heiraten. Ich will nicht heiraten und wenn ich irgendwann mal heiraten will, Gesetz dieses Land erlaubt mir das auch dann gleichmäßig, dann bestimmt nicht dich, weil dich könnte ich ja heute Abend schon heiraten. Darum geht's doch gar nicht, Ringo. Worum geht's jetzt dann? Wir sind zwei Künstler auf einer Bühne. Ja? Ja. Wir verkaufen den Leuten eine Illusion, das wissen doch alle. Ja, können wir doch heiraten? Ich meine, es kann mir doch wirklich, wird mir doch keiner hier von Ihnen abkaufen, dass ich eine himmelschreiende Tunte heiraten will. So? Ich meine, ja, aber, ich meine, also erzähl mir mal eins, ja? Wenn es hier nicht um die Liebe geht, ja? Warum sehe ich dann verdammt nochmal aus wie die Herzogin Kate? Entschuldige, bitte, jetzt steigere dich doch mal da nicht so rein. Bitte, steigere dich nicht so rein und, äh, was soll denn das? Was hast du denn mit diesem Kleid? Also, hör doch bitte auf, dich da so reinzusteigern. Genau, hör du auf, mich so zu befogen, das macht man nicht. Was macht man, was hab ich denn getan? Du hast mich die ganze Zeit immer glauben lassen, es ging ja um Musik. Naja, es geht ja auch um Musik, es geht nicht um die Liebe. Naja, gut, es geht auch um die Liebe. Rino, das ist doch Blödsinn. Was ist Blödsinn? Es geht nicht um die Liebe, es geht um die Musik, aber du kannst über die Musik, kannst du natürlich auch über Liebe erzählen, alles Mögliche. Ich meine, ich liebe dich doch, ja? Rino. Was? Bitte lieb mich nicht. Ja. Ja.